Wie wird ADHS im Erwachsenenalter behandelt? In der Regel ist die Basis der Behandlung eine ausführliche Information über die Symptome, die vor allen Dingen zum Ziel hat, dass die betroffene Person besser verstehen kann, was an ihr selbst denn ADHS typisch ist. Denn die meisten Menschen, die ADHS haben, sind sich nicht bewusst, dass sie das haben. Und dann ist es erstmal so eine Aufgabe, überhaupt klar zu kriegen, was gehört denn da dazu und was nicht. Und dann kann man auf eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten zurückgreifen, je nach Präferenz des Betroffenen. Die Leitlinien zur Behandlung empfehlen eine sogenannte multimodale Behandlung. Das reicht von Coaching, Selbsthilfegruppen über Gruppentherapien bis hin zu Psychotherapie und Pharmakotherapie. Oft kommen Kombinationstherapien zum Einsatz, je nachdem, welche Präferenzen die betroffene Person hat.